Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und heute ein sehr ernstes Thema. So ernst, dass ich schon wieder lachen muss. Gestern habe ich ein Video hochgeladen. Wer es gesehen hat, hatte Glück. Wer es nicht gesehen hat, der hat Pech, denn ihr könnt es auch nicht mehr gucken. Wir haben im Livestream am Montag dieses Video von Natururin gesehen, wie Natururin herausgefordert wurde von der Besteckcrew. Die Besteckcrew hat ihn herausgefordert, eine Flasche Jägermeister auf Ex zu trinken. Die Besteckcrew bzw. Messer von der Besteckcrew hat das in seinem Video getan. Seine Homies sind um ihn rumgetanzt, wie bei Rumpelstilzchen, alles lustig. Und ja, Natururin hat abgelehnt, was ich auch sehr gut fand, habe ich auch im Stream schon gesagt. Denn man muss sich ja nicht jedem Scheiß im Internet hingeben. Mein Interesse war trotzdem geweckt. Es gibt so viele Videos im Internet, wo Leute Jägermeister-Echsen, Goldkrone-Echsen, a.k.a. Hector Panzer, wer kennt ihn nicht, wie der Jägermeister 0,7 getrunken hat. Oh mein Gott, ich habe gedacht, er stirbt. Er sah auch so aus, als würde er in dem Moment sterben. Aber das ist auf jeden Fall alles online und das kann jeder gucken und alles ist da, alles geht ab. Auch das Video der Besteckcrew ist online, könnt ihr gucken, wie die das gemacht haben. Und ich habe mir gedacht, ich wollte dazu ja ein kleines Selbstexperiment machen, einen Selbsttest. Und unabhängig davon, was ihr denkt, wie ich so lebe und hause und was ich den ganzen Tag mache. Und Natururin das nicht angenommen hat, wollte ich unsere Ehre retten und dachte, ich mache die Challenge einfach für ihn. Sie haben ihn herausgefordert. Sie sind ins Leere gegangen. Sie haben damals auch Hector Panzer immer 20 Millionen Mal herausgefordert in verschiedenen Videos. Er hat das nie gesehen, hat nie drauf geantwortet. Und die armen Jungs, deswegen wollte der Ramses einschreiten als Stuntman, hat gesagt, komm, ich probiere das jetzt mal. Ich bin also früh los, hat man auch im Video gesehen. Gute Sache. Beziehungsweise ich kann euch das ja mal kurz zeigen, wenn ihr nämlich der Post auf... Was ist denn hier los? Der Post auf Facebook ist auf jeden Fall noch da. Wenn ihr jetzt aber da drauf klickt, seht ihr bei dem Video, wir haben dieses Video entfernt, weil es gegen unsere Community-Richtlinien verstößt. Nach der Entfernung kannst du dieses Video noch sieben Tage lang ansehen. In diesem Zeitraum kannst du die Inhalte prüfen und entscheiden, ob du eine Beschwerde einreichen möchtest. Habe ich schon gemacht, kein Problem. Ich kann, wie gesagt, das Video noch gucken, wenn ich hier drauf drücke. Wie ihr seht, ganz am Anfang gibt es natürlich auch wieder einen Warnhinweis. Dann habe ich gezeigt, es ist frühs um sieben. Und frühs um sieben bin ich gleich los, weil der Rewe aufgemacht hat und alles andere. Habe mir eine Flasche Jägermeister gekauft. Bin damit in den Park. Ich habe nochmal eingeblendet, Messer von der Besteckcrew, wie der das getrunken hat. Wie er Natururin herausgefordert hat. Die Antwort von Natururin war dabei. Ich habe nochmal gesagt, dass ich es sehr genial finde von Natururin, dass der das nicht angenommen hat. Dass der nicht alles mitmacht. Dass ich auch niemandem raten würde, das nachzumachen. Vorsicht. Ich habe euch belehrt darüber, dass das nicht schön ist. Und ihr seid auf jeden Fall nicht cool, wenn ihr das macht. Dann habe ich noch ein bisschen Werbung für Jägermeister gemacht. Habe vorgelesen, was da so alles drin ist. Habe mir das mal reingezogen. Habe auch gesagt, dass ich sonst eigentlich kein Jägermeister trinke. Weiß ich nicht. Ich habe damit nichts am Hut. Ich trinke sonst eigentlich sowieso keine harten Sachen. Selbst Bier trinke ich gar nicht so oft, wie man vielleicht denkt. Dazu dann im zweiten Teil des Videos mehr. Jetzt habe ich das dann gemacht. Wir haben hier ein Erklärungsvideo. Im Erklärungsvideo möchte ich also nochmal zeigen, was passiert ist. Ich habe dann also die Flasche genommen und habe die Flasche getrunken. Mit 35% auf Ex und Prost. Messer! Im gleichen Zusammenhang habe ich das Video von Messer eingeblendet, als er getrunken hat. Ja, er wurde ja dafür übelst gefeiert. Ich habe das jetzt getrunken so und ich war selbst überrascht, dass er es sich so gut hat trinken lassen. Prozent auf Ex und Prost. Messer! Oh, ey! Oh, ey! Zieht! Jammer! Messer! Da war der Punkt. Da war die Flasche theoretisch leer. Ich glaube, der Bockwurstking hat mich danach angeschrieben und gleich gesagt, alter Ramses, was geht bloß los bei dir? Zehn Sekunden! Da ex der die Pulle da weg. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass das so schnell war. Ich war selbst davon überrascht. Wie gesagt, ich trinke sonst keinen Jägermeister, gar nichts. Ich habe dazu gar keinen Bezug. Beim Messer. Der ex ständig irgendwelche Sachen auf seinem Kanal. Mutter würde wieder sagen, lass das doch, Junge. Der ist das gewohnt. Der kann das. Der verträgt das. Du kannst das nicht. Du verträgst das nicht. Du kennst das nicht. Aber Muttern, wie du siehst, der kleine Ramses hat für sich selbst, für die Wissenschaft, es hat funktioniert. Und mir ging es danach nicht schlecht. Es war alles gut. Ich habe zwar dann absichtlich was rauslassen wollen, damit ich jetzt nicht unbedingt betrunken bin oder das dann ansetzt, aber das hätte nicht sein müssen. Vielleicht war das auch das Problem, dass ich danach noch was rausgelassen habe. Absichtlich. Morgens halb acht in Deutschland. Noch der Spruch dazu. Zack. Wir können doch mal gucken, wie lange Messer gebraucht hat, also um die Flasche zu trinken. Meine Lippe sieht auf jeden Fall so aus. Mir war besser, weil der Messer hat dann auch hier so oranges Gebambel an der Lippe gehabt. Dieser ist auf jeden Fall leer. So, jetzt ist Messer also auch fertig. Dafür, dass er das ja gewohnt ist, wie meine Mama sagen würde, finde ich sehr überraschend, dass das bei mir so gut gelaufen ist. Dann habe ich nochmal gesagt, dass nix gut, nicht nachmachen und alles. Hannes hat dann auch gemeint, boah, du sahst plötzlich so blass aus. Aber ich denke mal, das lag auch mit an der Belichtung und allem anderen. Jetzt kann man das Video nicht mehr angucken. Es wurde gelöscht. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum es unbedingt gelöscht wurde. Ihr seht hier, ich habe eine Verwarnung bekommen. Im Grund, Verletzungen der YouTube-Richtlinien zu schädlichen oder gefährlichen Inhalten. Was ist der schädliche Inhalt? Das Echsen der Jägermeisterflasche? Ich habe nochmal genau in die Richtlinien hier reingeguckt. Hier steht zum Beispiel auch extrem gefährliche Challenges. Challenges, bei denen ein unmittelbares Verletzungsrisiko besteht. Ist das jetzt ein unmittelbares Verletzungsrisiko? Ich weiß es nicht. Wie immer, ich habe über den Creator Support natürlich auch eine E-Mail geschrieben. Möchte bitte eine Erklärung dazu. Aber wie man den Creator Support von YouTube kennt, führt das zu nichts. Da sitzt ein unfähiger Mitarbeiter am anderen Ende und sagt dann, wir können dir dazu keine Auskunft geben. Wozu brauche ich dann den Creator Support? Ich verstehe es nicht. Und ich kann es wie gesagt nicht nachvollziehen, denn das Challenge-Video von der Besteck-Crew ist online. Das ist auch vollkommen okay und es stört niemanden. Wo ich dasselbe gemacht habe, und bei mir sah das irgendwie voll einfach und chillig aus, das ist ein gefährlicher, schädlicher Inhalt. Obwohl ich 20 Mal noch darauf hingewiesen habe, das nicht nachzumachen. Äh, die Finger davon zu lassen, dass es schlau ist, wenn man sowas nicht macht. Keine Ahnung, dass ich das für mich persönlich testen möchte. Ich habe niemanden dazu aufgerufen. Ihr müsst das auch machen, dann seid ihr cool. Bei den ganzen Hector-Panzer-Videos, ich verstehe es nicht. Ich habe mir gestern eine ganze Reihe davon reingezogen. Und ich fand es wirklich sehr erschreckend, wie Hector-Panzer von Adlersson da immer auch angestachelt wurde. Und dann, sauf jetzt, Panzer, sauf jetzt, los, sauf, na, nicht absetzen, sauf, weiter, komm, weiter. Und die ganze Zeit gestriezt wurde und ihr schon gesehen habt, dem drehen sich die Augen, dem leiern sich die Augen halb raus. Er kann eigentlich nicht mehr, es ist anstrengend, er hat Probleme, sonst was. Aber das wird so gezeigt, wie dieser Mensch leidet und halb am Verrecken ist. Aber das ist okay, das ist online. Die Besteck-Crew ist online. Die sagen auch, jo, wenn du das nicht machst, dann musst du eine Woche hier mit der Gabel essen, äh, ohne Gabel essen, Natururin. Also, sie fordern auch auf, sozusagen, dass er das nachmachen soll, hin und her. Ich habe nichts aufgefordert, nichts Böses gemacht. Ich habe für mich einen Selbstversuch gestartet, wo ich keinen Bezug dazu habe, wie das für mich sich auswirkt. Aber meins wird gelöscht. Warum? Sicherlich, weil es jemand gemeldet hat. Jemand, der sowieso die ganze Zeit hinter mir herrennt und nur darauf wartet, dass er irgendwas in die Finger bekommt, um, äh, mich zu sabotieren. War ja damals auch schon, war auch schon ein anderes Mal. Also, das ist, äh, relativ oft, dass sowas passiert. Finde ich eigentlich richtig asozial von demjenigen, weil wir haben nichts miteinander zu tun. Ich sitze hier, ich mache hier mein Zeug. Derjenige hat aber nichts weiter zu tun, als den ganzen Tag zu überwachen, was ich mache im Internet und was ich hochlade, um dann zu melden, um sich selbst besser vorzukommen, anstatt er froh ist, äh, dass ich mich hier austob und mein Zeugs mache, und nicht, äh, unterwegs Autos aufbreche und Diebstähle begeh, Menschen verprügelt auf der Straße, mich so auslebe, aber ja, okay. Irgendwann trifft es vielleicht trotzdem noch die Richtigen. Ich verstehe es nur nicht, was der Unterschied ist, dass man Alkohol echsen darf, aber ich nicht. Dass Leute kotzen dürfen, aber ich nicht. Dass YouTube einen Support anbietet, bei dem ich, bei dem jeder anrufen kann, aber ich nicht. Ich habe sämtlichste Nummern gegoogelt und rausgesucht. Dann habe ich gestern auch eine, äh, Memo bekommen, beziehungsweise ich habe eine Nachricht bekommen, und es kam die Frage auf, ob es mir gut geht, und dass es erschreckend ist, zu sehen, wie abgestürzt ich bin, dass man sich Sorgen macht, dass ich irgendwann so Ende wieder ditschen. Ich habe mir noch nie drüber nach, äh, drüber Gedanken gemacht, wie es auf Leute wirken kann, die einen wirklich gar nicht kennen, und was die für ein Bild haben. Ich weiß, ich habe auch sicherlich viele jüngere Zuschauer, und ich hoffe natürlich, die nehmen sich das nicht als Vorbild an, die sagen, okay, der macht das, aber das muss ich ja nicht machen. Er hat es ja schon gemacht, ich gucke mir das an, als rein aus Interesse, ob er das schafft, ob er das nicht schafft, wie es ihm dabei geht, sonst was, aber ihr sollt das auf jeden Fall nicht nachmachen. Aber dieser Vergleich, dass ich so Ende wie ditschen, ist, glaube ich, extrem weit hergeholt, denn ich sage mal so, es ist ja nicht so, dass ich jeden Tag aufstehe und eine Flasche Jägermeister trinke, es ist ja nicht so, dass ich das gemacht habe, weil ich das brauche, und das Verlangen danach habe, es ist ja so, ich wollte das. Ich suche immer wieder nach Herausforderungen, Grenzen austesten, sonst was, zu gucken, das ist eine einmalige Sache, egal bei was, selbst die Windbeutel, für mich ist es das gleiche, wie die Windbeutel. Windbeutel, habe ich gedacht, ich esse nie Windbeutel. Ich mag keine Windbeutel, die gehören nicht zu meinem, äh, täglichen, äh, zu meiner täglichen Nahrungszufuhr dazu. 50 Stück in 5 Minuten? Ist eine Herausforderung, probier es halt einfach mal. Ich habe kläglich versagt. Trotzdem habe ich es probiert, ähm, und es ist okay gewesen. Man kann ja mal testen. Für mich war das jetzt dasselbe Prinzip. Eine Flasche Jägermeister zu Echsen, viele sagen, ah, das ist voll brutal, das geht gar nicht, das schafft man gar nicht. Es ging ja nicht um die Zeit, es ging nur darum, ob man das schafft. Für mich dasselbe, ich trinke sonst keinen Jägermeister, ich wollte es probieren, ich wollte gucken, packe ich das, packe ich das nicht. Heißt ja nicht, dass ich Alkoholiker bin. Viele Leute denken jetzt, oh mein Gott, ist das ein Assi, und wie lebt der denn? Aber ich habe es auch dem Nachrichtenschreiber erklärt, mir geht es eigentlich gut seit dem Kanal und der ganzen anderen Sache. Ich freue mich immer mit euch, über euch, versuche Content zu bieten, möchte selbst mich noch ein bisschen testen, herausfordern, und ich sehe darin keinen Unterschied, ist es jetzt das oder das. Und beim Ditchen ist wirklich auch das Problem gewesen, der hat selbst nachts, wenn er mal wach wurde, sich Alkohol gegönnt. Der ist in den Laden rein, wollte Bier holen, hat gleich ein paar Taschenrutscher mitgeholt und eine Flasche Schnaps geklaut. Und dann ging es saufen den ganzen Tag, von früh bis Abend. Und man hat vielleicht auch mal mitgetrunken, weil man sich dachte, ach komm, dann machen wir halt heute einen drauf, wieso denn nicht? Auch mit den Drogen genauso. Er kam davon nicht weg. Er braucht das. Jegliches Geld ist genau da reingeflossen. Er war abhängig. Er ist Alkoholiker, er ist abhängig, er ist drogensüchtig, aber ich bin das nicht und das möchte ich auch nochmal klarstellen. Ich habe noch nie das Verlangen gehabt, mir irgendwas zu besorgen, weder Drogen noch Alkohol. Ich bin noch nie aufgestanden und habe gesagt, ich brauche das jetzt, ich muss das jetzt. Ich habe mir noch nie Drogen gekauft. Ich kann offen und ehrlich sagen, ich habe schon mal Drogen genommen. Ja, ich habe schon alles ausprobiert im Leben. Also ich habe nicht jede Droge probiert, aber ich habe schon viele Dinge im Leben ausprobiert. Auch das hat mal dazugehört. In einer illustrieren Runde hat man mal was probiert. Wird vielleicht viele jetzt auch wieder schocken. Trotzdem gibt es auch viele, die machen das regelmäßig. Ich bin nicht süchtig, ich bin nicht abhängig, ich brauche das nicht. Ich habe keinen Bezug dazu. Man hat das mal gemacht, und dann ist doch okay. Wie den Jägermeister-Ixen. Man hat das mal gemacht, dann ist doch okay. Ich gehe nicht morgen los und trinke wieder eine Flasche Jägermeister. Ich gehe nicht in den Laden und klaue mir Schnaps, weil ich den brauche. Ich, selbst beim Bier, beim letzten Grillabend, Ich habe eine Flasche Bier getrunken am ganzen Abend. Beim Livestream, Chill mit Ramses Livestream. Letzten Montag habe ich eine Flasche Bier getrunken. Das ist für mich Tradition, so Feierabendsbierchen sozusagen. Wir sitzen abends gemütlich zusammen, da gönne ich mir ein Bierchen. Die restliche ganze Woche trinke ich nichts. Ich trinke auch nie, wenn ich alleine bin. Außer für eine Challenge, wie ich das mit dem Sixpack probiert habe. Das ist aber wieder für ein Video. Das ist wieder eine Herausforderung. Das ist was anderes. Es soll sich also keiner Sorgen machen. Boah, der Ramses ist voll der Assi. Der Ramses ist voll der Alkoholiker. Der Ramses ist total abgestürzt. Guck mal, der säuft nur in seinen Videos. Das macht vielleicht manchmal einen komplett falschen Eindruck, aber es ist nicht so. Ich würde immer noch sagen, ich weiß, was ich tue. Ich weiß, warum ich was tue. Ich weiß, was ich nicht tun muss, brauche und soll. Ich trinke gemütlich ein Bierchen mit euch im Stream abends. Wenn Geburtstag war, dann hat man auch mal ein bisschen mehr getrunken und gefeiert. Er hat sich da mal gehen lassen, aber es ist nicht so wie bei anderen, die jedes Wochenende Sternhage voll sind. Bei mir ist das Wochenende ruhig. Bei mir ist die Woche ruhig. Ich mache das gemütlich. Und bei so einer Challenge suche ich die Herausforderung, teste das, aber ich mache das nicht regelmäßig. Wenn ich die Videos von Hector Panzer gestern gesehen habe, er tat mir wirklich schon leid, irgendwo, wie er da gestriezt wurde, wie du gesehen hast. Er pumpt sich das rein, er pumpt sich das rein, er pumpt sich das rein. Ich meine, wenn man das einmal macht, das ist ja okay, aber wenn man in jedem Video eine andere Flasche nimmt und sonst was, dann ist es in meinen Augen nicht sehr ehrenvoll. Das ist schon wirklich irgendwo dumm. Ich bin auch dumm, muss ich zugeben, weil ich das gemacht habe, da es vielleicht ja nicht gesund ist und sinnvoll. Trotzdem habe ich es gut verkraftet. Vielleicht, wenn das jetzt jemand sieht und nachmacht, auf den wirkt es sicherlich schon wieder ganz anders. Deswegen sage ich auch ganz deutlich, macht das nicht nach. Ihr müsst wissen, ich meine, ihr habt euer Leben in der eigenen Hand. Ihr müsst wissen, was könnt ihr euch zutrauen, was macht ihr, was macht ihr nicht. Diese Chili-Nudeln, sonst was. Diese Too Spicy. Manche sagen auch, nee, das probiere ich nicht. Ich habe da Probleme, im Endeffekt sonst was. Ist okay. Manche können das probieren, wenn die sagen, nach einer Gabel ist mir zu scharf, kann ich nicht essen. Ist doch okay. Es zwingt euch doch keiner, die ganze Portion zu essen, wenn ihr dadurch Probleme kriegt oder gesundheitliche Einschränkungen habt, irgendwas. Und das wollte ich klarstellen, dass erstens YouTube dumm ist. Jetzt zeigt mich YouTube an, weil ich es dumm benannt habe. Dass YouTube dumm ist, weil es dieses Video sperrt, wo ich einen bewussten, kritischen Umgang, ich habe ja Kritik an dieser Challenge selbst ausgeübt. Ich habe Kritik an diesem Umgang mit Alkohol ausgeübt. Ich habe das als Selbsttest angenommen. Aber das wird gesperrt. Und dieser Verzehr von Alkohol, dieser exzessive überall sonst was, wo die Leute sich anheizen und feiern und sagen, ja, los, noch mehr. Du setzt jetzt nicht ab. Aber das ist aber okay für YouTube. Und diesen Unterschied verstehe ich eben nicht. Ich habe gestern, ich muss es auch sagen, ich habe gestern ein Video von Rewi gemeldet. Weil Rewi, den mag ich eh nicht. Erst recht sei der Sache da mit Ungetanzverbot und dem ganzen Zeug, dieser Schmierlappen. habe ich ein Video gesehen, da saß er mit so einer moppeligen Dame da und hat Videos von Hector Panzer geguckt und hat das theoretisch schön geredet. Er hat so eine große Reichweite, so viele Zuschauer, aber er sagt dann nicht, mach das nicht nach und das ist gefährlich. Er sagt, guck dir das an, das ist doch unglaublich, oder? Und die Dame sitzt daneben und sagt, hä, was? Der trinkt es doch nicht ganz, oder? Doch, doch. Du denkst immer, du bist trinkfest, aber guck, der trinkt selbst dich unter den Tisch und hier, seh und staune. Und sie verherrlichen das sogar noch auf irgendeine Art und Weise, geben dem eine Plattform, eine große Plattform, ohne auf die Risiken hinzuweisen. Und die Dame sagt auch, boah, ich glaube, ich habe mich gerade verliebt und ich glaube, ich muss ihn heiraten und das, obwohl die mit 3 Millionen Abonnenten in der Öffentlichkeit stehen und da auch viele jüngere Zuschauer sind, dass die sowas als cool abstempeln, euch das Gefühl geben, das müsst ihr auch machen, dann ist das richtig dope, was ihr macht. Das habe ich dann mal gemeldet, weil ich das unverantwortungsvoll fand, wie man sowas in den Himmel heben kann, wie man sowas den Leuten unter die Nase reiben kann und als was Gutes verkaufen, dass sie am liebsten das nachmachen sollen und das ist voll toll und die Dame, die seufzt sonst immer wie ein Loch, aber selbst der seufzt die unter das Loch und dass man damit angibt, das fand ich richtig schrecklich, gerade bei den vielen Zuschauern. Und YouTube guckt sich das an und sagt, weder in dem Video, das, was die gezeigt haben, noch die Aussagen davon, leiden zur Nachmache ein oder sind bedenklich und bla. Warum bitte? Ist mein Video dann bedenklich, wo ich selbst 20 Mal noch gesagt habe, macht das nicht nach. Lasst die Finger davon. Ihr seid dumm, wenn ihr das macht. Ich verstehe es nicht. Das kann mir auch keiner erklären. Mit YouTube kann man es eh nicht regeln. Ich werde jetzt abwarten, bis die Verwarnung weg ist und dann werde ich das Video trotzdem online stellen. Nochmal mit Warnhinweis dabei. Gegebenenfalls ab 18 schalten die Szene, wo ich mich dann übergeben habe. Absichtlich werde ich halt entfernen. Werde vielleicht ein Schwarzbild hinmachen, dass man nur noch den Ton hört. Aber egal. Und das war es von meiner Seite aus. Könnt ihr das verstehen? Habt ihr auch schon mal ein Kotzvideo auf YouTube gesehen? Oder was sagt ihr zu dem Thema? Ist es richtig so, dass das weg ist, weil das richtig dumm von mir war? Könnt ihr es nicht verstehen, weil es viel schlimmere Sachen auf YouTube gibt? Habt ihr auch mal so Erfahrungen gehabt oder kennt ihr Leute, bei denen auch immer Videos gesperrt werden, ohne dass man wirklich eine richtige Begründung dazu hat oder es richtig nachvollziehen kann? Ich kann es nicht nachvollziehen. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Euer Ramses.